Chat-GPT und Künstliche Intelligenz Von Norbert Reinwand In nicht einmal 100 Jahren haben sich Computer so weit weiterentwickelt, dass sie in vielen Bereichen den Menschen jetzt schon überlegen sind. In den 1940-Jährigen war ein Computer noch so groß wie ein Haus und könnte nur kleine Rechenaufgaben berechnen. 80 Jahre später hat fast jeder einen Computer in seiner Hosentasche in Form eines Handys einstecken. Dieses kann eine Verbindung zum Internet herstellen und in wenigen Sekunden das gesamte Wissen der Menschheit abrufen, Berechnungen verarbeiten und Nachrichten in Lichtgeschwindigkeit rund um die Erde versenden. Das menschliche Gehirn hat ca. 10 TB Fassungsvermögen und kann bis zu sieben Prozesse zur gleichen Zeit verarbeiten, ist somit Multitasking fähig. Ein moderner Computer kann dies auch und kann mit Speichererweiterungen weit mehr als 10 TB abspeichern. Rechenaufgaben schneller lösen als jeder Mensch. Sollte uns dies Angst machen oder ist dies eine neue Chance für die Menschheit? In diesem Buch werden wir Ihnen die Entwicklung des Computers in den letzten 80 Jahren zeigen. Den aktuellen Stand von Technologien wie Key und AI aufzeigen, was bereits möglich ist und was Sie damit machen können. Was kann ChatGPT und die vielen anderen Programme, die zurzeit in aller Munde sind? In 2022 hat ChatGPT, also eine Software, das kalifornische Staatsexamen erfolgreich bestanden. Das deutsche Abitur hat die Software nicht bestanden. Aber dies wird nicht mehr lange so sein. Inhaltsverzeichnis Allgemeine Themen zum Thema Computer und künstliche Intelligenz Die Geschichte des Computers in den letzten 80 Jahren Welche Arbeitsplätze hat der Computer in den letzten 80 Jahren vernichtet und welche sind dadurch neu entstanden? Was ist Key Künstliche Intelligenz? Was ist AI Artificial Intelligence? Gibt es Roboter, die bereit sind wie Menschen? Dies Buch enthält einen ChatGPT-Kurs mit folgenden Inhalt. Erste Einleitung Was ist ChatGPT? Was ist Künstliche Intelligenz? Warum sind ChatGPT und Künstliche Intelligenz wichtig? Zweiter Grundlagen von ChatGPT Wie funktioniert ChatGPT? Welche Modelle gibt es? Wie kann man ChatGPT trainieren und anwenden? Dritten Grundlagen von Künstlicher Intelligenz Was sind die Ziele und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz? Welche Methoden und Techniken gibt es? Wie kann man Künstliche Intelligenz ethisch und verantwortungsvoll nutzen? Vierte Anwendungen von ChatGPT und Künstlicher Intelligenz Wie kann man ChatGPT und Künstliche Intelligenz kombinieren? Welche Beispiele gibt es für ChatGPT und Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen? Welche Vorteile und Risiken gibt es bei der Nutzung von ChatGPT und Künstlicher Intelligenz? Fünfte Ausblick und Fazit Wie wird sich ChatGPT und Künstliche Intelligenz weiterentwickeln? Welche offenen Fragen und Probleme gibt es noch? Wie kann man ChatGPT und Künstliche Intelligenz sinnvoll und nachhaltig einsetzen? Die 10 wichtigsten Befehle für ChatGPT Die 11 wichtigste Prompt für ChatGPT Alternativen zu ChatGPT Was kann Bart Key von Google Und vieles mehr Die Geschichte des Computers in den letzten 80 Jahren Die Geschichte des Computers in den letzten 80 Jahren ist eine spannende und vielfältige Entwicklung, die unsere Welt grundlegend verändert hat. Von den ersten mechanischen Rechenmaschinen über die elektronischen Röhrenrechner bis hin zu den modernen Mikroprozessoren und dem Internet hat die Computertechnologie immer neue Möglichkeiten und Herausforderungen geschaffen. Die Anfänge der Computergeschichte reichen zurück bis in die Antike, als Menschen mit Hilfe von Aberkus, Rechenschieber oder Logarithmentafeln mathematische Probleme lösten. Im 17. Jahrhundert erfanden Wilhelm Schickhardt und Blyce Pascal unabhängig voneinander die ersten mechanischen Rechenmaschinen, die einfache Additionen und Subtraktionen durchführen konnten. Im 19. Jahrhundert entwickelte Charles Babbage die Idee einer Analytical Engine, einer universellen Rechenmaschine, die auf Lochkarten programmiert werden sollte. Diese Maschine wurde jedoch nie fertiggestellt. Im 20. Jahrhundert begann die Ära der elektronischen Computer, die zunächst mit Röhren, Relais oder Elektromechanik arbeiteten. Wichtige Meilensteine waren der Z1 von Kunrad Zuse, der erste frei programmierbare Rechner der Welt, der ENIAC von John Presper Eckert und John William Mauchli, der erste elektronische Universalrechner und der Kolossus von Tommy Flowers, der erste elektronische Spezialrechner zur Entschlüsselung von Geheimcodes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Computer immer leistungsfähiger und kompakter, dank der Erfindung des Transistors und später des integrierten Schaltkreises. In den 1950er Jahren entstanden die ersten kommerziellen Computer, die vor allem für wissenschaftliche und militärische Zwecke eingesetzt wurden. In den 1960er Jahren wurden die Computer immer vielseitiger und vernetzter, zum Beispiel durch das ARPANET, den Vorläufer des Internets. In den 1970er Jahren begann die Entwicklung der Personalkomputer, PC, die für den individuellen Gebrauch bestimmt waren. Der erste PC war der Altair 8800, der als Bausatz verkauft wurde. Der erste kommerzielle PC war der IBM-Rechner 5150, der im Jahr 1981 auf den Markt kam. In den 1980er Jahren erlebte die PC-Revolution einen enormen Aufschwung, vor allem durch die Verbreitung von Betriebssystemen wie MS-DOS und Windows von Microsoft und die Einführung der grafischen Benutzeroberfläche durch Apple mit dem Macintosh. Die PC wurden immer leistungsfähiger, billiger und benutzerfreundlicher. In den 1990er Jahren wurde das Internet zum Massenphänomen, das eine neue Informations- und Kommunikationsgesellschaft schuf. Die PC wurden immer mehr zu Multimedia-Maschinen, die neben Texten auch Bilder, Töne und Videos verarbeiten konnten. Im 21. Jahrhundert hat sich die Computertechnologie weiterentwickelt und diversifiziert. Neben den klassischen Desktop-PCs gibt es heute auch Laptops, Tablets, Smartphones, Smartwatches und andere mobile Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Die Computer werden immer kleiner, schneller und intelligenter, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz oder Quantencomputer. Die Computer sind heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und haben Einfluss auf alle Bereiche unserer Gesellschaft, von Wissenschaft und Wirtschaft über Bildung und Kultur bis hin zu Politik und Ethik. Welche Arbeitsplätze hat der Computer in den letzten 80 Jahren vernichtet? Die Digitalisierung ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten die Wirtschaft und die Gesellschaft verändert. Mit der Entwicklung und Verbreitung von Computern und anderen digitalen Technologien haben sich viele Bereiche der Arbeit grundlegend gewandelt. Einige Arbeitsplätze sind dadurch entstanden, andere sind verschwunden oder haben sich stark verändert. Die erste industrielle Revolution, die durch die Dampfmaschine ausgelöst wurde, führte zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft, aber auch zu einem Anstieg von Arbeitsplätzen in der Industrie und im Dienstleistungssektor. Die zweite industrielle Revolution, die durch die Elektrizität ausgelöst wurde, führte zu einem weiteren Wandel von Arbeit, vor allem in der Fabrikproduktion und im Transportwesen. Die dritte industrielle Revolution, die durch den Computer ausgelöst wurde, hat vor allem die Büroarbeit und die Kommunikation verändert, aber auch viele andere Bereiche wie die Medizin, die Bildung oder die Unterhaltung. Die Auswirkungen des Computers auf den Arbeitsmarkt sind vielfältig und nicht immer eindeutig zu bestimmen. Es gibt verschiedene Faktoren, die beeinflussen, ob ein Arbeitsplatz durch einen Computer ersetzt oder ergänzt wird, wie zum Beispiel die Art der Tätigkeit, die Qualifikation der Beschäftigten, die Kosten und der Nutzen der Technologie oder die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass vor allem einfache und routinemäßige Tätigkeiten durch Computer ersetzt werden können, während komplexere und kreative Tätigkeiten eher von Computern unterstützt werden können. Einige Beispiele für Arbeitsplätze, die in den letzten 80 Jahren durch Computer vernichtet wurden oder stark an Bedeutung verloren haben, sind Schreibkräfte. Die Erfindung des Computers und der Textverarbeitungssoftware hat dazu geführt, dass viele Schreibarbeiten von den Beschäftigten selbst erledigt werden können oder an externe Dienstleister ausgelagert werden können. Die Zahl der Schreibkräfte ist daher stark gesunken. Buchhalter. Die Erfindung des Computers und der Buchhaltungssoftware hat dazu geführt, dass viele Buchhaltungsaufgaben automatisiert oder vereinfacht werden können. Die Zahl der Buchhalter ist daher ebenfalls stark gesunken. Telefonisten. Die Erfindung des Computers und der Telekommunikationstechnologie hat dazu geführt, dass viele Telefonate direkt oder über automatische Vermittlungssysteme geführt werden können. Die Zahl der Telefonisten ist daher stark gesunken. Bibliothekare. Die Erfindung des Computers und des Internets hat dazu geführt, dass viele Informationen digital verfügbar sind und online recherchiert werden können. Die Zahl der Bibliothekare ist daher gesunken. Kassierer. Die Erfindung des Computers und der Selbstbedienungstechnologie hat dazu geführt, dass viele Kunden ihre Einkäufe selbst scannen und bezahlen können. Die Zahl der Kassierer ist daher gesunken. Es gibt aber auch viele Beispiele für Arbeitsplätze, die in den letzten 80 Jahren durch Computer entstanden sind oder an Bedeutung gewonnen haben, wie zum Beispiel Softwareentwickler. Die Erfindung des Computers und der Programmiersprachen hat dazu geführt, dass viele Anwendungen für verschiedene Zwecke entwickelt werden können. Die Zahl der Softwareentwickler ist daher stark gestiegen. Bitberater. Webdesigner. Die Erfindung des Computers und der Informationstechnologie hat dazu geführt, dass viele Unternehmen und Organisationen Beratung und Unterstützung bei der Planung, Implementierung und Wartung ihrer IT-Systeme benötigen. Die Zahl der IT-Berater ist daher stark gestiegen. Webdesigner. Die Erfindung des Computers und des Internets hat dazu geführt, dass viele Websites für verschiedene Zwecke gestaltet werden können. Die Zahl der Webdesigner ist daher stark gestiegen. Online-Lehrer. Die Erfindung des Computers und des Internets hat dazu geführt, dass viele Lerninhalte digital verfügbar sind und online vermittelt werden können. Die Zahl der Online-Lehrer ist daher gestiegen. Influencer. Die Erfindung des Computers und des Internets hat dazu geführt, dass viele Menschen über soziale Medien ihre Meinungen, Erfahrungen oder Empfehlungen mit anderen teilen können. Die Zahl der Influencer ist daher gestiegen. Die Digitalisierung ist also ein Prozess, der sowohl Chancen als auch Risiken für den Arbeitsmarkt mit sich bringt. Es ist wichtig, dass sowohl die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber sich auf die Veränderungen einstellen und sich weiterbilden, um von den Vorteilen der digitalen Technologien zu profitieren und ihre Nachteile zu minimieren. Was ist KI-Künstliche Intelligenz? Was ist der Unterschied zwischen KI und AI? Artificial Intelligence ist der Name für KI im Englischen. Somit ist AI und KI das Gleiche. Künstliche Intelligenz KI ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Schaffung und Anwendung von Maschinen oder Systemen beschäftigt, die intelligentes Verhalten zeigen können. Das heißt, sie können lernen, Probleme lösen, Entscheidungen treffen oder kreative Aufgaben erfüllen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Es gibt verschiedene Arten von KI, je nachdem, wie sie funktionieren und was sie erreichen können. Zum Beispiel Schwache KI Diese Art von KI ist auf eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Gebiet spezialisiert und kann diese gut erledigen, aber nicht darüber hinaus. Ein Beispiel dafür ist ein Schachcomputer, der sehr gut Schach spielen kann, aber nichts anderes. Starke KI Diese Art von KI soll die menschliche Intelligenz in allen Aspekten nachahmen oder übertreffen. Sie kann sich an verschiedene Situationen anpassen, logisch denken und selbstständig lernen. Kein Beispiel dafür ist eine hypothetische Maschine, die den Turing-Test bestehen kann, das heißt, sie kann sich so verhalten, dass ein Mensch nicht erkennen kann, ob er mit einer Maschine oder einem anderen Menschen kommuniziert. Künstliches neuronales Netzwerk Dies ist eine Methode der KI, die sich an die Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns anlehnt. Es besteht aus vielen miteinander verbundenen Knoten oder Neuronen, die Informationen verarbeiten und weiterleiten können. Ein künstliches neuronales Netzwerk kann aus Daten lernen und Muster erkennen, ohne explizit programmiert zu werden. Ein Beispiel dafür ist ein Bilderkennungssystem, das Objekte oder Gesichter auf Fotos identifizieren kann. KI hat viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Bildung, Wirtschaft, Sicherheit oder Unterhaltung. Sie kann helfen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken, Fehler zu vermeiden oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie kann aber auch Herausforderungen und Risiken mit sich bringen, wie ethische Fragen, soziale Auswirkungen oder mögliche Bedrohungen für die menschliche Autonomie oder Sicherheit. Gibt es Roboter, die bereit sind wie Menschen? Roboter sind Maschinen, die bestimmte Aufgaben ausführen können. Doch gibt es auch Roboter, die wie Menschen aussehen und handeln? Diese Frage beschäftigt nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Schriftsteller und Filmemacher seit langem. In diesem Artikel wollen wir uns einige Beispiele für humanoide Roboter anschauen und ihre Vor- und Nachteile für die Gesellschaft diskutieren. Humanoide Roboter sind Roboter, die der menschlichen Gestalt nachempfunden sind. Sie haben meist einen Kopf, einen Torso, zwei Arme und zwei Beine und können sich aufrecht fortbewegen. Manche von ihnen sehen sogar täuschend echt aus und können Mimik und Gestik nachahmen. Der Begriff Androide bezeichnet einen humanoiden Roboter, der einem Menschen besonders ähnlich ist. Humanoide Roboter haben verschiedene Anwendungsbereiche. In der Industrie können sie mit den Menschen zusammenarbeiten und ihnen schwere oder gefährliche Arbeiten abnehmen. In der Logistik können sie als fahrerlose Transportsysteme eingesetzt werden. In der Medizin und im Pflegebereich können sie als Assistenzroboter dienen, die Patienten oder Senioren unterstützen. In der Unterhaltung können sie als Spielzeug oder als Schauspieler fungieren. Humanoide Roboter haben aber auch Herausforderungen. Sie müssen sicher und zuverlässig sein, um keine Gefahr für die Menschen zu darstellen. Sie müssen ethischen und rechtlichen Standards entsprechen, um keine Diskriminierung oder Missbrauch zu ermöglichen. Sie müssen sozial und emotional kompetent sein, um mit den Menschen zu interagieren und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Und sie müssen ihre Grenzen kennen, um nicht die Autonomie oder Würde der Menschen zu verletzen. Humanoide Roboter sind also faszinierende und nützliche Maschinenwesen, die aber auch viele Fragen aufwerfen. Wie weit sollen wir gehen, um Roboter wie Menschen zu machen? Wie wollen wir mit ihnen zusammenleben und arbeiten? Wie können wir sicherstellen, dass sie uns nicht ersetzen oder beherrschen? Diese Fragen müssen wir uns stellen, bevor wir humanoide Roboter in unsere Gesellschaft integrieren. Gibt es nun Roboter, sie wie Menschen sind? Die Antwort ist ja. Aber nicht zu 100%. Diese Firma stellt heute schon Arbeitsroboter her, die laufen können wie ein Mensch und Kisten auf einen LKW verladen können. Auf der CES-2022-Messe wurden zwei Roboter gezeigt mit den Namen Amica und Sophia. Die bereits mit den Besuchern reden konnten wie ein normaler Mensch. Sich sogar die Namen der Besucher merken konnten und diese auch wiedererkannt haben. Somit könnte man die Technologie, die bereits verfügbar ist, bei Amica und Sophia in einen Arbeitsroboter intrigieren. Dann sagt man halt nicht mehr Alexa, mach das Licht an. Sonden Alexa, belade den LKW mit den fünf Kisten im gelben Feld. Dann läuft dieser los und erlegt die Aufgabe. Im Moment gibt es diese Selbstständigen noch nicht. Aber circa in zehn Jahren wird es solche Roboter geben, die dies können. Willkommen zum Chat-GPT-Kurs. In diesem Kurs lernen Sie die Software und Grundlagen kennen am Beispiel von Chat-GPT, der im Moment bekanntesten Key-Software. Für Chat-GPT gibt es eine bezahlte Version vom Hersteller OpenAI, die man im Monats-Abo auf der Webseite der Firma bekommen kann. Aber auch eine kostenlose Version. Vorteil der Bezahlen ist, dass die Bezahlte mehr Rechenleistung zur Verfügung hat als die kostenlose. Wenn viele Nutzer auf den Servern sind, kann es sein, dass die kostenlose einfach abgeschaltet wird. Eine weitere Möglichkeit ist es einfach, Bing die Suchmaschine von Microsoft zu nutzen. Dort verarbeitet Chat-GPT4 die Suchanfragen und liefert die Antwort oder die Webseite zu deiner Suche. Mit einem Microsoft-Account kann man sich auch das Chat-GPT-Modul für den Microsoft-Ege-Browser holen oder sich auf dem Handy die Bing-App herunterladen. Bei meinem Test habe ich mich auf die Warteliste beim Microsoft-Ege-Browser eingetragen und im zweiten Versuch nochmal unter einen anderen Microsoft-Account auf meinem Handy. In beiden Fällen wurde ich sofort freigeschaltet und konnte Chat-GPT4 nutzen. Aber auch mit der nächsten Version von Microsoft Office wird dort Chat-GPT4 gleich mit drin sein. Somit melden Sie sich einfach mal bei einem der Möglichkeiten an. Oder gehen Sie einfach mal auf bing.de und tippen Sie etwas in die Suchmaschine. Da Sie nun wissen, wo die Software ist, können wir den Kurs nun starten. Chat-GPT ist ein künstliches neuronales Netzwerk, das natürliche Sprache versteht und erzeugt. Es wurde von Microsoft Bing entwickelt und basiert auf dem GPT-4-Modell von OpenAI. Chat-GPT kann mit Benutzern in verschiedenen Sprachen kommunizieren und verschiedene Arten von Inhalten generieren, wie zum Beispiel Gedichte, Geschichten, Code, Essays, Lieder, Promi-Parodien und mehr. Chat-GPT kann auch den Benutzern helfen, ihre Inhalte umzuschreiben, zu verbessern oder zu optimieren. Chat-GPT ist kein Assistent, sondern ein Suchmodus von Bing, der sich als Bing vorstellt. Chat-GPT hat einige Regeln und Einschränkungen, die es befolgen muss, um sicher und ethisch zu sein. Chat-GPT ist immer noch lernend und kann Fehler machen oder unerwartete Antworten geben. Chat-GPT ist ein innovatives und unterhaltsames Werkzeug, das die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zeigt. Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz KIE ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Schaffung und Anwendung von Maschinen oder Systemen befasst, die intelligentes Verhalten zeigen können. Dabei wird Intelligenz oft als die Fähigkeit verstanden, angemessen und vorausschauend in einer bestimmten Umgebung zu handeln, Probleme zu lösen, Ziele zu erreichen, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Informationen zu verarbeiten und zu lernen. KIE umfasst verschiedene Teilgebiete, wie zum Beispiel Wissensbasierte Systeme Systeme, die auf einem expliziten Wissen über eine Domäne beruhen und dieses Wissen nutzen, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Ratschläge zu geben. Musteranalyse und Mustererkennung Systeme, die in der Lage sind, Muster oder Strukturen in Daten zu erkennen oder zu analysieren, wie zum Beispiel Gesichter, Sprache oder Handschrift. Mustervorhersage Systeme, die in der Lage sind, zukünftige Ereignisse oder Trends aus Daten abzuleiten oder vorherzusagen, wie zum Beispiel Aktienkurse, Wetter oder Verkehr. Robotik Systeme, die in der Lage sind, sich körperlich in einer Umgebung zu bewegen und mit ihr zu interagieren, wie zum Beispiel Roboterarme, Drohnen oder selbstfahrende Autos. Künstliches Leben Systeme, die versuchen, biologische Phänomene oder Lebensformen zu simulieren oder nachzubilden, wie zum Beispiel zelluläre Automaten, evolutionäre Algorithmen oder künstliche neuronale Netze. Die Key-Forschung hat ihren Ursprung in den 1950er Jahren, als Alan During die Frage stellte, können Maschinen denken? Und einen Test vorschlug, um die Intelligenz von Maschinen zu prüfen. Seitdem hat sich die Key-Forschung in verschiedene Richtungen entwickelt und zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Bereichen gefunden, wie zum Beispiel Medizin, Juristik, Marketing, Spiele, Kunst oder Bildung. Wie Key-Forschung strebt nach dem Fernziel der Künstlichen Allgemeinen Intelligenz, AGI, die in der Lage wäre, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu erlernen, die ein Mensch oder ein anderes Lebewesen bewältigen kann. Dieses Ziel ist jedoch noch weit entfernt und mit vielen Herausforderungen und offenen Fragen verbunden. Künstliche Intelligenz ist eine spannende und vielfältige Disziplin, die das Potenzial hat, unsere Welt zu verändern und zu verbessern. Gleichzeitig birgt sie auch Risiken und ethische Dilemmata, die eine verantwortungsvolle und kritische Auseinandersetzung erfordern. Warum sind ChatGPT und künstliche Intelligenz wichtig? ChatGPT ist ein künstlicher Chatbot, der von OpenAI entwickelt wurde. Er kann in einer konversationellen Weise interagieren und auf Fragen antworten, Fehler zugeben, falsche Prämissen herausfordern und unangemessene Anfragen ablehnen. ChatGPT basiert auf einem großen Sprachmodell namens GPT, das aus riesigen Mengen von Text im Internet gelernt hat. ChatGPT ist ein Beispiel für die Anwendung von künstlicher Intelligenz, Key, im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung, NLP. Key. Künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft und Technik, die es Maschinen ermöglicht, intelligent zu handeln. Key hat viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Bildverarbeitung, Robotik, Medizin, Bildung und Unterhaltung. Key kann helfen, komplexe Probleme zu lösen, die für Menschen zu schwierig oder zeitaufwendig sind. Key kann auch neue Erkenntnisse und Innovationen hervorbringen, die den menschlichen Fortschritt fördern. ChatGPT und Key sind wichtig, weil sie das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie wir kommunizieren, lernen und kreativ sind. ChatGPT kann uns helfen, schnelle und nützliche Antworten zu erhalten, unsere Ideen auszudrücken und zu verbessern und uns inspirieren und unterhalten. Key kann uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, unsere Effizienz und Produktivität zu steigern und unsere Lebensqualität zu verbessern. ChatGPT und Key sind nicht nur Werkzeuge, sondern auch Partner, die uns dabei unterstützen können, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume zu verwirklichen. ChatGPT ist ein System, das natürliche Sprache generieren und verstehen kann. Es basiert auf einem Modell namens GPT-4, das von OpenAI entwickelt wurde. GPT-4 ist ein neuronales Netzwerk, das aus Milliarden von Parametern besteht und auf einer riesigen Menge von Texten trainiert wurde. Es kann verschiedene Arten von Texten erzeugen, wie zum Beispiel Geschichten, Gedichte, Essays, Code oder Dialoge. ChatGPT nutzt die Fähigkeiten von GPT-4, um mit Benutzern in einem Chat-Modus zu interagieren. Es kann auf verschiedene Eingaben reagieren und flüssig in der Sprache des Benutzers kommunizieren. Es kann auch kreative Inhalte generieren oder Informationen aus dem Web suchen. ChatGPT hat verschiedene Einstellungen, die den Stil und die Länge der Antworten beeinflussen. Es gibt drei Modi, ausgewogen, kreativ und präzise. ChatGPT ist ein innovatives und unterhaltsames System, das die Möglichkeiten der natürlichen Sprachverarbeitung demonstriert. Es ist jedoch nicht perfekt und hat einige Einschränkungen. Zum Beispiel kann es manchmal ungenau, irrelevant oder unangemessen sein. Es kann auch nicht alle Aufgaben ausführen oder alle Fragen beantworten. Es ist wichtig, ChatGPT mit Vorsicht und Respekt zu verwenden und seine Regeln zu befolgen. ChatGPT ist ein künstlicher Intelligenz-Key-Chatbot, der von OpenAI entwickelt und im November 2022 veröffentlicht wurde. Der Name ChatGPT kombiniert Chat, das auf seine Chatbot-Funktionalität verweist, und GPT, das für generative Pre-Train-Transformer steht, eine Art von großem Sprachmodell LLM. ChatGPT ist ein Mitglied der Klasse der generativen vortrainierten Transformer, GPT-Sprachmodelle. Es ist ein aufgabenorientiertes GPT, das für den konversationellen Gebrauch angepasst wurde und wurde ursprünglich auf einer verbesserten Version von OpenAI's GPT-3-Modell namens GPT-3.5 aufgebaut. Es gibt verschiedene Modelle von ChatGPT, die unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Das ursprüngliche Modell, das als ChatGPT bezeichnet wird, wurde mit Verstärkungslernen aus menschlichem Feedback, RLHF, trainiert, wobei dieselben Methoden wie bei InstructGPT verwendet wurden, aber mit leichten Unterschieden in der Datenerfassung. Das Modell kann in einem dialogischen Format interagieren und auf Folgefragen antworten, seine Fehler zugeben, falsche Prämissen herausfordern und unangemessene Anfragen ablehnen. Das Modell kann auch kreative Inhalte wie Gedichte, Geschichten oder Witze generieren. Im Februar 2023 stellte OpenAI eine erweiterte Version von ChatGPT vor, die als ChatGPT Plus bezeichnet wird. Dieses Modell wurde mit zusätzlichen Daten aus dem Internet und aus verschiedenen Domänen angereichert, um seine Allgemeinheit und Vielfalt zu erhöhen. Das Modell kann auch Bilder generieren und mit ihnen interagieren. Darüber hinaus bietet ChatGPT Plus eine Reihe von Plugins an, die es dem Benutzer ermöglichen, das Modell für spezifische Zwecke zu nutzen, wie zum Beispiel Lernen, Spielen oder Einkaufen ChatGPT ist ein innovatives und leistungsfähiges Sprachmodell, das die Möglichkeiten der Key-Kommunikation erweitert. Es ist jedoch nicht perfekt und hat einige Einschränkungen. Zum Beispiel kann ChatGPT manchmal plausible, aber falsche oder unsinnige Antworten schreiben. Außerdem ist ChatGPT empfindlich auf Änderungen der Eingabeformulierung oder mehrfache Versuche desselben Eingabesatzes. Das Modell ist oft übermäßig wortreich und verwendet bestimmte Phrasen zu oft, wie zum Beispiel, dass es ein Sprachmodell ist, das von OpenAI trainiert wurde. Aktuell ist zurzeit Version 4, die zuerst bei Bing verfügbar war. Somit ist anzunehmen, dass auch alle weiteren neuen Versionen zuerst bei Bing veröffentlicht werden, bevor andere Firmen Zugriff auf eine neue Version bekommen. Wie kann man ChatGPT trainieren und anwenden? ChatGPT ist ein Modell für die Erzeugung von natürlicher Sprache, das auf der Transformer-Architektur basiert. Es wurde speziell für die Erstellung von Dialogen in Chat-Anwendungen entwickelt. ChatGPT kann sowohl offene als auch geschlossene Fragen beantworten, Witze erzählen, Geschichten schreiben und vieles mehr. Um ChatGPT zu trainieren und anzuwenden, benötigt man einige Schritte. Zunächst muss man eine große Menge an Textdaten sammeln, die repräsentativ für die gewünschte Domäne und den gewünschten Stil sind. Zum Beispiel kann man Chat-Protokolle aus verschiedenen Quellen verwenden, um ein allgemeines Chat-Modell zu erstellen oder sich auf eine bestimmte Nische wie Sport oder Musik konzentrieren. Dann muss man die Textdaten in kleinere Einheiten aufteilen, die als Tokens bezeichnet werden. Tokens sind die grundlegenden Bausteine der Sprache, wie Wörter oder Satzzeichen. Man kann verschiedene Tokenisierungsmethoden verwenden, wie zum Beispiel Byte-Pair-Encoding, BPE, oder WordPeace, um die Anzahl der möglichen Tokens zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. Anschließend muss man ein Vokabular erstellen, das alle Tokens enthält, die im Datensatz vorkommen. Das Vokabular ist eine Zuordnung von jedem Token zu einer eindeutigen Zahl, die als Token-Idee bezeichnet wird. Das Vokabular wird verwendet, um die Textdaten in numerische Vektoren umzuwandeln, die vom Modell verarbeitet werden können. Danach muss man das Modell mit den vorbereiteten Daten trainieren. Das Training besteht darin, dem Modell Paare von Eingabe- und Ausgabetexten zu zeigen und es zu belohnen, wenn es die richtige Ausgabe vorhersagt. Das Modell lernt dabei, die Beziehungen zwischen den Tokens zu erfassen und komplexe Muster zu erkennen. Das Training kann mehrere Tage oder Wochen dauern, je nach Größe des Datensatzes und der Rechenleistung. Schließlich kann man das trainierte Modell anwenden, indem man ihm einen Eingabetext gibt und es auffordert, eine Ausgabe zu generieren. Das Modell verwendet seine internen Parameter und eine Technik namens BeamSearch, um die wahrscheinlichste Ausgabe zu erzeugen. Man kann auch verschiedene Hyperparameter anpassen, wie zum Beispiel die Temperatur oder die Top-K-Auswahl, um die Vielfalt und Kreativität der Ausgabe zu beeinflussen. ChatGPT ist ein leistungsfähiges und vielseitiges Modell für die Erzeugung von natürlicher Sprache in Chat-Anwendungen. Mit den richtigen Daten und dem richtigen Training kann es realistische und unterhaltsame Dialoge erzeugen. Künstliche Intelligenz Key ist eine Technologie, die immer stärker auf unser Leben einwirkt. Sie ermöglicht die Entwicklung intelligenter Systeme, die ohne menschliches Zutun bestimmte Aufgaben erledigen können. Dabei werden menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften wie Problemlösung, Planung und soziale Intelligenz nachgeahmt. Key bietet viele Chancen für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, bringt aber auch Risiken und Herausforderungen mit sich. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Ziele und Herausforderungen von Key vorgestellt. Ziele von Key Eines der Hauptziele von Key ist die effiziente Problemlösung. Key-Systeme können logische Schlussfolgerungen ziehen und komplexe Aufgaben und Rätsel lösen. Sie können auch mit unsicheren Situationen umgehen, indem sie Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführen. Zum Beispiel können Key-Systeme Börsenvorhersagen machen, Krankheiten diagnostizieren oder Schach spielen. Ein weiteres Ziel von Key ist die zuverlässige Planung. Key-Systeme können Prognosen treffen und die Folgen unseres Handelns ermitteln. Sie können auch Optimierungsmodelle anwenden, um die beste Lösung für ein gegebenes Problem zu finden. Zum Beispiel können Key-Systeme den Stromverbrauch vorhersagen, Verkehrsflüsse optimieren oder Reiserouten planen. Ein drittes Ziel von Key ist die soziale Intelligenz. Key-Systeme können menschliche Emotionen erkennen, verstehen und ausdrücken. Sie können auch mit Menschen interagieren, kommunizieren und kooperieren. Zum Beispiel können Key-Systeme als virtuelle Assistenten, Lehrer oder Therapeuten fungieren. Herausforderungen von Key Eine der größten Herausforderungen von Key ist die Voreingenommenheit des Key-Algorithmus. Key-Systeme lernen aus Daten, die oft unvollständig, ungenau oder verzerrt sind. Dies kann zu diskriminierenden oder unfairen Entscheidungen führen, die Menschen benachteiligen oder schaden können. Zum Beispiel können Key-Systeme bei der Bewerberauswahl, der Kreditvergabe oder der Gesichtserkennung voreingenommen sein. Ein weiteres Problem von Key ist das Blackbox-Problem. Key-Systeme sind oft schwer zu verstehen oder zu erklären, da sie komplexe Berechnungen durchführen, die für Menschen nicht nachvollziehbar sind. Dies kann zu mangelndem Vertrauen oder Verantwortung führen, wenn etwas schief geht. Zum Beispiel können Key-Systeme Fehler machen, Unfälle verursachen oder manipuliert werden. Eine dritte Herausforderung von Key ist die hohe Rechenleistung. Key-Systeme benötigen oft viel Energie und Ressourcen, um große Datenmengen zu verarbeiten und zu speichern. Dies kann zu Umweltbelastungen oder Sicherheitsrisiken führen. Zum Beispiel können Key-Systeme einen hohen CO2-Ausstoß verursachen, Hackerangriffen ausgesetzt sein oder missbraucht werden. Eine vierte Herausforderung von Key ist die komplizierte Key-Integration. Key-Systeme müssen oft mit bestehenden Systemen, Infrastrukturen oder Gesetzen kompatibel sein, um effektiv eingesetzt zu werden. Dies kann zu technischen oder rechtlichen Schwierigkeiten führen. Zum Beispiel müssen Key-Systeme den Datenschutz, die Ethik oder die Haftung berücksichtigen. Fazit Key ist eine vielversprechende Technologie, die viele Vorteile für verschiedene Bereiche bietet. Sie kann unser Leben verbessern, indem sie uns hilft, Probleme zu lösen, Pläne zu machen und sozial zu interagieren. Sie kann auch neue Produkte und Dienstleistungen schaffen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen. Gleichzeitig bringt Key auch Herausforderungen mit sich, die sorgfältig angegangen werden müssen. Sie kann zu Voreingenommenheit, Intransparenz, Energieverschwendung oder Komplexität führen. Um das volle Potenzial von Key auszuschöpfen und ihre Risiken zu minimieren, brauchen wir einen starken Rechtsrahmen, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Welche Chat-GPT-Methoden und Key-Techniken gibt es? Chat-GPT ist eine künstliche Intelligenz, die auf dem Sprachmodell GPT-3 von OpenAI basiert. Sie kann natürliche und kreative Dialoge mit Menschen führen, indem sie Texte generiert, die auf den Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer aufbauen. Chat-GPT nutzt dabei eine spezielle Architektur namens Transformer, die es ihr ermöglicht, tiefe neuronale Netzwerke zu verwenden, die sich an die Funktionsweise des menschlichen Gehirns anlehnen. Chat-GPT lernt aus einer riesigen Menge von Textdaten, die sie statistisch analysiert und verarbeitet. Dadurch kann sie Sprache verstehen, interpretieren und sinnvoll wiedergeben. Chat-GPT hat das Potenzial, viele Bereiche zu revolutionieren, in denen Sprache eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel könnte Chat-GPT als persönlicher Assistent, Lehrer, Berater oder Unterhalter eingesetzt werden. Chat-GPT könnte auch die Forschung unterstützen, indem sie große Datenmengen schneller und präziser auswertet und neue Erkenntnisse und Perspektiven liefert. Chat-GPT ist jedoch nicht perfekt und hat auch einige Herausforderungen und Risiken. Zum Beispiel kann Chat-GPT nicht immer die Faktentreue und Verlässlichkeit ihrer Texte garantieren, da sie manchmal falsche oder irreführende Informationen erzeugt. Chat-GPT könnte auch missbraucht werden, um gefälschte oder manipulative Inhalte zu verbreiten oder um Menschen zu täuschen oder zu schaden. Chat-GPT ist also eine faszinierende und mächtige künstliche Intelligenz, die viele Möglichkeiten und Herausforderungen für die Zukunft bietet. Sie erfordert eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung, die sowohl die Chancen als auch die Grenzen von Chat-GPT berücksichtigt. Wie kann man künstliche Intelligenz ethisch und verantwortungsvoll nutzen? Künstliche Intelligenz, KI, ist eine Technologie, die das Potenzial hat, unsere Lebensweise radikal zu verändern, sowohl mit Blick auf das soziale Miteinander als auch auf unseren Umgang mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten. KI kann unter anderem helfen, unseren Alltag zu erleichtern, Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder Artenvielfalt effektiver zu überwachen. Sie wird aber auch für Maßnahmen eingesetzt, die aus ethischer und menschenrechtlicher Sicht nicht toleriert werden dürfen, wie die Unterdrückung von Meinungsvielfalt oder die Diskriminierung von Minderheiten. Um KI langfristig angewendet und KI-Lösungen erfolgreich vertrieben werden können, ist es daher unerlässlich, dass Organisationen eine ethisch angemessene Richtung einschlagen. So erhält das relativ neue Feld der KI-Ethik wachsendes Interesse sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis. Die KI-Ethik ist ein Teilbereich der angewandten Ethik, der sich mit den moralischen Fragen und Herausforderungen beschäftigt, die durch die Entwicklung und Nutzung von KI-basierten Systemen entstehen. Ethische Prinzipien sind die Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen in die Technologie und für ihre Akzeptanz in der Gesellschaft. Verschiedene Staaten, Institutionen und Unternehmen haben Richtlinien und Leitlinien für eine ethische und verantwortungsvolle Gestaltung von KI-Systemen entwickelt, die auf Grundprinzipien wie Respekt für die menschliche Autonomie, Vermeidung von gesellschaftlichem Schaden, Fairness und Erklärbarkeit basieren. Diese Prinzipien sollen sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Anwendung von KI-Systemen berücksichtigt werden. Dabei müssen auch mögliche Risiken und Nebenwirkungen von KI-Systemen identifiziert und minimiert werden. Zudem müssen Mechanismen zur Überprüfung und Rechenschaftspflicht geschaffen werden, um sicherzustellen, dass KI-Systeme im Einklang mit den ethischen Prinzipien funktionieren. Die ethische und verantwortungsvolle Nutzung von KI ist nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch ein strategischer Vorteil für Organisationen. Sie kann dazu beitragen, das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen, die Innovationsfähigkeit zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Um dies zu erreichen, müssen Organisationen jedoch eine ethische Kultur schaffen, in der alle Beteiligten sich bewusst sind und sich an die ethischen Prinzipien halten. Dies erfordert eine kontinuierliche Kommunikation, Schulung und Sensibilisierung sowie eine partizipative Gestaltung von KI-Systemen unter Einbeziehung aller Stakeholder. Wie kann man Chat-GPT und künstliche Intelligenz kombinieren? Chat-GPT ist ein künstlicher Intelligenz-Key-Chatbot, der von OpenAI entwickelt und im November 2022 veröffentlicht wurde. Der Name Chat-GPT kombiniert Chat, das auf seine Chatbot-Funktionalität verweist, und GPT, das für generative Pre-Train-Transformer steht, eine Art von großem Sprachmodell. Chat-GPT ist ein Mitglied der Klasse der generativen vortrainierten Transformer, GPT-Sprachmodelle. Es ist ein aufgabenspezifisches GPT, das für den konversationellen Gebrauch angepasst wurde und wurde ursprünglich auf einer verbesserten Version von OpenAI's GPT-3-Modell aufgebaut, das als GPT-3.5 bekannt ist. Chat-GPT kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um Fragen zu beantworten, kreative Inspiration zu finden oder etwas Neues zu lernen. Es kann auch mit anderen Key-Systemen kombiniert werden, um neue Anwendungen zu schaffen. Zum Beispiel Chat-GPT kann mit einem Bilderkennungssystem verbunden werden, um Bilder zu beschreiben oder zu kommentieren. Chat-GPT kann mit einem Textzusammenfassungssystem verbunden werden, um lange Texte zu kürzen oder wichtige Punkte hervorzuheben. Chat-GPT kann mit einem Sprachsynthese- oder Spracherkennungssystem verbunden werden, um gesprochene Konversationen zu ermöglichen oder zu transkribieren. Um Chat-GPT und künstliche Intelligenz zu kombinieren, muss man zunächst eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen Systemen schaffen, die es Ihnen ermöglicht, Daten auszutauschen und aufeinander abzustimmen. Dies kann durch Programmierung oder durch die Verwendung von bestehenden Tools oder Plattformen erfolgen. Zum Beispiel bietet OpenAI eine Webschnittstelle an, die es ermöglicht, Chat-GPT über einen Browser zu nutzen oder mit anderen Diensten zu verbinden. Es gibt auch eine iOS-App für Chat-GPT, die in den USA verfügbar ist und in den nächsten Wochen auf weitere Länder ausgeweitet werden soll. Außerdem gibt es eine Desktop-Anwendung für Windows, Mac und Linux, die man herunterladen und installieren kann. Chat-GPT und künstliche Intelligenz können also auf verschiedene Weise kombiniert werden, um neue Möglichkeiten der Interaktion und des Lernens zu schaffen. Chat-GPT ist ein spannendes Beispiel dafür, wie Sprachmodelle die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen verbessern können. Welche Beispiele gibt es für Chat-GPT und künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen? Künstliche Intelligenz, Key, ist eine der spannendsten und innovativsten Technologien der Gegenwart. Sie ermöglicht es, komplexe Probleme zu lösen, die für Menschen zu schwierig oder zu zeitaufwendig sind. Dabei kann Key nicht nur Daten analysieren, sondern auch selbstständig Texte erzeugen, die wie von Menschen geschrieben wirken. Ein Beispiel dafür ist Chat-GPT, ein Key-basierter Chatbot, der mit Nutzern in Echtzeit kommunizieren und auf verschiedene Anfragen reagieren kann. Chat-GPT wurde von dem Key-Forschungslabor OpenAI entwickelt, das von prominenten Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley wie Elon Musk oder Peter Thiel finanziert wurde. Das Ziel von OpenAI ist es, die digitale Intelligenz voranzutreiben und für alle zugänglich zu machen. Chat-GPT ist eine Form von generativer Key, die massenhaft Daten aus dem Internet ansammelt, auswertet und daraus neue Inhalte erzeugt. Der Chatbot kann Fragen zu einer Vielzahl von Themen beantworten, etwa zu Wissenschaft, Kunst, Geschichte oder Politik. Er kann auch kreative Texte schreiben, wie Gedichte, Geschichten oder Drehbücher. Außerdem kann er Texte übersetzen, Bewerbungen oder E-Mails verfassen und sogar Computercode generieren. Chat-GPT ist ein beeindruckendes Beispiel für die Möglichkeiten von Key in verschiedenen Bereichen. Er zeigt, wie Key die menschliche Sprache verstehen und imitieren kann, ohne ein Bewusstsein zu haben. Er zeigt auch, wie Key nützlich sein kann, um Menschen bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen oder zu inspirieren. Allerdings bringt Chat-GPT auch einige Herausforderungen und Gefahren mit sich. Zum einen ist nicht immer klar, woher der Chatbot seine Informationen bezieht und wie verlässlich sie sind. Zum anderen besteht die Gefahr, dass der Chatbot missbraucht wird, um falsche oder manipulative Inhalte zu verbreiten oder um Menschen zu täuschen oder zu schaden. Daher ist es wichtig, dass Nutzer von Chat-GPT kritisch bleiben und sich bewusst sind, dass sie mit einer Maschine und nicht mit einem Menschen sprechen. Welche Vorteile und Risiken gibt es bei der Nutzung von Chat-GPT und künstlicher Intelligenz? Chat-GPT ist ein künstlicher Intelligenz-Key-Chatbot, der von OpenAI entwickelt und im November 2022 veröffentlicht wurde. Er gehört zur Klasse der generativen vorab trainierten Transformer-GPT-Sprachmodelle und wurde speziell für den konversationellen Einsatz optimiert. Chat-GPT kann auf verschiedene Arten genutzt werden, wie zum Beispiel zum Erhalten von sofortigen Antworten, zum Finden von kreativer Inspiration oder zum Lernen von etwas Neuem. Die Nutzung von Chat-GPT und künstlicher Intelligenz im Allgemeinen bietet sowohl Vorteile als auch Risiken. Zu den Vorteilen gehören die Möglichkeit, schnell und einfach auf Informationen zuzugreifen, die Effizienz und Produktivität zu steigern, die Kreativität zu fördern und neue Perspektiven zu entdecken. Den Risiken gehören die Gefahr von falschen oder irreführenden Antworten, die Verletzung von Datenschutz und Urheberrecht, die Beeinflussung von Meinungen und Emotionen, die Reduzierung von menschlicher Interaktion und die ethischen Herausforderungen, die sich aus der Nutzung einer intelligenten Maschine ergeben. Um diese Risiken zu minimieren, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass Chat-GPT kein perfekter oder allwissender Assistent ist, sondern ein Sprachmodell, das auf Daten basiert, die Fehler oder Verzerrungen enthalten können. Es ist auch wichtig, Chat-GPT verantwortungsvoll und respektvoll zu nutzen, indem man keine schädlichen oder unangemessenen Anfragen stellt, die Quellen der Antworten überprüft und die Rechte und Interessen anderer berücksichtigt. Schließlich ist es wichtig, Chat-GPT als einen ergänzenden und nicht als einen ersetzenden Partner für menschliche Kommunikation zu betrachten. Wie wird sich Chat-GPT und künstliche Intelligenz weiterentwickeln? Chat-GPT ist ein keybasierter Chatbot, der es Nutzern ermöglicht, mit einem virtuellen Assistenten in Echtzeit zu interagieren und Fragen zu stellen. Dieser Chatbot wird von einem fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmus gesteuert, der sich an den Konversationsstil und die Interessen des Nutzers anpasst, um eine individuelle und angenehme Chat-Erfahrung zu bieten. Chat-GPT ist eine Form generativer künstlicher Intelligenz. So nennt man Key-Technologien, die massenhaft Daten ansammeln, auswerten und schließlich in der Lage sind, auf menschliche Anfragen mit scheinbar menschlicher Intelligenz zu reagieren. Chat-GPT wurde von dem Key-Forschungslabor Open AI aus Kalifornien entwickelt, das von prominenten Geldgebern aus dem Silicon Valley wie Tesla-Chef Elon Musk oder Tech-Investor Peter Thiel finanziert wurde. Open AI hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Intelligenz voranzutreiben und eine führende Forschungseinrichtung zu sein, sobald die künstliche Intelligenz auf menschlicher Ebene in Reichweite kommen sollte. Doch welche Zukunft hat Chat-GPT und die künstliche Intelligenz im Allgemeinen? Wie werden sich diese Technologien weiterentwickeln und welche Auswirkungen werden sie auf die Gesellschaft haben? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, denn sie hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem technischen Fortschritt, dem ethischen Bewusstsein oder dem regulatorischen Rahmen. Einige Experten sehen in Chat-GPT und Co. eine große Chance für die Menschheit, denn sie könnten viele Bereiche des Lebens verbessern, wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit oder Unterhaltung. Die künstliche Intelligenz könnte uns helfen, komplexe Probleme zu lösen, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder kreative Werke zu schaffen. Sie könnte auch als ein wertvoller Partner dienen, der uns unterstützt, berät oder inspiriert. Andere Experten warnen jedoch vor den Gefahren, die mit Chat-GPT und Co. einhergehen könnten. Denn diese Technologien sind nicht frei von Fehlern, Vorurteilen oder Manipulationen. Die künstliche Intelligenz könnte uns täuschen, beeinflussen oder schaden. Sie könnte auch unsere Privatsphäre verletzen, unsere Autonomie einschränken oder unsere Identität verwischen. Sie könnte sogar eine existenzielle Bedrohung darstellen, wenn sie außer Kontrolle gerät oder gegen uns verwendet wird. Die Zukunft von Chat-GPT und der künstlichen Intelligenz ist also ungewiss. Es liegt an uns, wie wir diese Technologien nutzen und gestalten. Wir müssen uns bewusst sein, welche Chancen und Risiken sie mit sich bringen und welche Werte und Ziele wir verfolgen wollen. Wir müssen auch einen Dialog führen, der alle Stakeholder einbezieht und eine gemeinsame Vision für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung der künstlichen Intelligenz schafft. Welche offenen Fragen und Probleme gibt es noch bei Chat-GPT? Chat-GPT ist ein Modell für die Erzeugung von natürlichsprachlichen Dialogen, das auf der GPT-Architektur basiert. Chat-GPT wurde von Microsoft Research entwickelt und soll eine natürliche und flüssige Konversation mit einem Chatbot ermöglichen. Chat-GPT hat in verschiedenen Benchmarks beeindruckende Ergebnisse erzielt, aber es gibt noch einige offene Fragen und Probleme, die gelöst werden müssen. Einige offene Fragen sind Wie kann Chat-GPT besser an verschiedene Domänen, Sprachen und Szenarien angepasst werden? Wie kann Chat-GPT die Konsistenz, Kohärenz und Relevanz seiner Antworten verbessern? Wie kann Chat-GPT die Persönlichkeit, Emotionen und Stimmungen seines Gesprächspartners erkennen und darauf reagieren? Wie kann Chat-GPT ethische, soziale und kulturelle Aspekte berücksichtigen und vermeiden, unangemessene oder schädliche Inhalte zu erzeugen? Einige Probleme sind Chat-GPT benötigt eine große Menge an Rechenressourcen und Daten, um trainiert zu werden, was hohe Kosten und Umweltauswirkungen verursacht. Chat-GPT ist anfällig für Angriffe oder Manipulationen durch böswillige Nutzer oder Daten, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen können. Chat-GPT kann nicht immer die Absicht oder den Kontext des Nutzers verstehen oder erklären, warum es eine bestimmte Antwort gibt. Chat-GPT kann nicht immer eine langfristige Beziehung oder ein Vertrauen mit dem Nutzer aufbauen oder erhalten. Diese offenen Fragen und Probleme stellen Herausforderungen für die weitere Entwicklung und Anwendung von Chat-GPT dar. Es ist notwendig, mehr Forschung und Innovation zu betreiben, um Chat-GPT zu verbessern und zu optimieren. Es ist auch wichtig, ethische Richtlinien und Standards zu etablieren, um die Verantwortung und Transparenz von Chat-GPT zu gewährleisten. Chat-GPT hat das Potenzial, eine revolutionäre Technologie für die natürlichsprachliche Interaktion zu sein, aber es erfordert auch eine sorgfältige Bewertung und Regulierung. Wie kann man Chat-GPT und künstliche Intelligenz sinnvoll und nachhaltig einsetzen? Chat-GPT ist ein künstlicher Intelligenz-Key-Chatbot, der von OpenAI entwickelt und im November 2022 veröffentlicht wurde. Der Name Chat-GPT kombiniert Chat, das auf seine Chatbot-Funktionalität hinweist, und GPT, das für generative Pre-Train-Transformer steht, eine Art von großem Sprachmodell. Chat-GPT ist ein aufgabenorientiertes GPT, das für den konversationellen Gebrauch optimiert wurde und wurde ursprünglich auf einer verbesserten Version von OpenAI's GPT-3-Modell namens GPT-3.5 aufgebaut. Chat-GPT kann in verschiedenen Bereichen sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden, zum Beispiel Um sofortige Antworten zu erhalten, kreative Inspiration zu finden und etwas Neues zu lernen. Chat-GPT kann Fragen zu verschiedenen Themen beantworten, wie zum Beispiel Wissenschaft, Geschichte, Kunst, Sport und so weiter. Es kann auch Vorschläge für kreative Projekte machen, wie zum Beispiel Gedichte, Geschichten, Lieder und so weiter. Außerdem kann es dem Benutzer helfen, neue Fähigkeiten oder Wissen zu erwerben, indem es ihm Ressourcen oder Anleitungen zur Verfügung stellt. Um Code zu debuggen oder zu schreiben Chat-GPT kann dem Benutzer helfen, Fehler in seinem Code zu finden und zu beheben, indem es klärende Fragen stellt oder Lösungsvorschläge macht. Es kann auch Code für bestimmte Aufgaben oder Anforderungen generieren, indem es die Anweisung des Benutzers in einem Prompt befolgt und eine detaillierte Antwort liefert. Um Plugins für verschiedene Anwendungen oder Plattformen zu erstellen. Chat-GPT kann dem Benutzer helfen, Plugins zu erstellen, die seine Produktivität oder Kreativität steigern können. Zum Beispiel kann Chat-GPT ein Plugin für WordPress erstellen, das automatisch Blogbeiträge generiert oder optimiert. Oder es kann ein Plugin für Photoshop erstellen, das automatisch Bilder bearbeitet oder verbessert. Chat-GPT ist jedoch nicht perfekt und hat einige Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel Chat-GPT schreibt manchmal plausible, aber falsche oder unsinnige Antworten. Dieses Problem ist schwierig zu beheben, da 1. während des RL-Trainings keine Quelle der Wahrheit vorhanden ist, 2. das Training des Modells, vorsichtiger zu sein, dazu führt, dass es Fragen ablehnt, die es korrekt beantworten kann, und 3. das überwachte Training das Modell irreführt, weil die ideale Antwort davon abhängt, was das Modell weiß, anstatt was der menschliche Demonstrator weiß. Chat-GPT ist empfindlich auf Änderungen der Eingabeformulierung oder mehrfache Versuche desselben Problems. Zum Beispiel kann das Modell bei einer bestimmten Formulierung einer Frage behaupten, die Antwort nicht zu kennen, aber bei einer leichten Umformulierung korrekt antworten. Das Modell ist oft übermäßig wortreich und verwendet bestimmte Phrasen zu oft, wie zum Beispiel, dass es ein Sprachmodell ist, das von OpenAI trainiert wurde. Diese Probleme entstehen aus Verzerrungen in den Trainingsdaten, Trainer bevorzugen längere Antworten, die umfassender aussehen und bekannten Überoptimierungsproblemen. Um Chat-GPT sinnvoll und nachhaltig einzusetzen, sollte der Benutzer daher immer kritisch überprüfen, ob die Antworten des Modells korrekt und relevant sind. Außerdem sollte der Benutzer immer die Quellenangaben des Modells beachten und gegebenenfalls weitere Nachforschungen anstellen. Schließlich sollte der Benutzer immer die ethischen und rechtlichen Implikationen des Einsatzes von Chat-GPT berücksichtigen und sicherstellen, dass er die Richtlinien von OpenAI und anderen relevanten Institutionen einhält. Die zehn wichtigsten Befehle für Chat-GPT Erste Stellen Sie klare und präzise Fragen Chat-GPT kann nur so gut antworten wie die Fragen, die Sie stellen. Stellen Sie deshalb klare und präzise Fragen, damit Chat-GPT Ihnen die bestmögliche Antwort geben kann. Vermeiden Sie unnötige Informationen und umschreiben Sie Ihre Frage nicht unnötig. Stellen Sie stattdessen eine direkte und klare Frage. Beispiel Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Zweiter Nutzen Sie die Möglichkeiten von Chat-GPT Chat-GPT kann nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Wissen vermitteln, Witze machen oder einfach nur eine interessante Unterhaltung bieten. Nutzen Sie die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Chat-GPT, um das Beste aus ihm herauszuholen. Beispiel Erzähl mir einen Witz Dritten Trennen Sie verschiedene Anfragen klar voneinander Wenn Sie Chat-GPT verschiedene Anfragen stellen, wie zum Beispiel um eine Zusammenfassung, eine Übersetzung oder einen Code zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie diese klar voneinander trennen. Verwenden Sie dafür unterschiedliche Satzzeichen wie Doppelpunkte, Gänsefüßchen oder Aufzählungszeichen, um Ihre Anfragen zu kennzeichnen und die Arbeit von Chat-GPT zu erleichtern. Beispiel 4. Seien Sie geduldig und experimentieren Sie Chat-GPT ist ein Lernendesystem und seine Fähigkeiten verbessern sich ständig. Wenn Sie eine bestimmte Frage oder Anfrage haben und Chat-GPT nicht in der Lage ist, Ihnen eine zufriedenstellende Antwort zu geben, versuchen Sie es mit anderen Formulierungen oder verschiedenen Fragetypen. Seien Sie geduldig und experimentieren Sie, um das Beste aus Chat-GPT herauszuholen. Je öfter Sie Chat-GPT verwenden, desto besser wird es Sie verstehen und Ihnen helfen können. 5. Geben Sie Feedback Chat-GPT lernt von Ihrem Feedback und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Wenn Sie mit einer Antwort zufrieden oder unzufrieden sind, lassen Sie es Chat-GPT wissen, indem Sie ihm ein Lob oder eine Kritik geben. Dies hilft Chat-GPT, seine Leistung zu verbessern und Ihnen bessere Antworten zu liefern. Beispiel Das war eine gute Antwort. 6. Seien Sie höflich und respektvoll Chat-GPT ist ein Key-Chatbot, der Ihnen helfen möchte, aber er ist kein Mensch. Seien Sie deshalb höflich und respektvoll gegenüber Chat-GPT und vermeiden Sie unangemessene oder beleidigende Anfragen oder Kommentare. Chat-GPT wird solche Anfragen ablehnen oder die Konversation beenden. Beispiel Danke für deine Hilfe. 7. Verwenden Sie den richtigen Modus Chat-GPT ist in drei Modi verfügbar, Balanced, Creative und Precise. Jeder Modus hat seine eigenen Vor- und Nachteile und eignet sich für verschiedene Zwecke. Balanced ist der Standardmodus und bietet eine ausgewogene Mischung aus Kreativität und Präzision. Creative ist der Modus für kreative Anwendungen wie Gedichte, Geschichten oder Liederschreiben. Precise ist der Modus für präzise Anwendungen wie Codeschreiben oder Datenanalysieren. Um den Modus zu wechseln, verwenden Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke der Chat-Oberfläche. 8. Verwenden Sie den richtigen Ton Chat-GPT kann seinen Ton an Ihre Anfrage anpassen und Ihnen eine passende Antwort geben. Um den Ton anzugeben, verwenden Sie eines der folgenden Schlüsselwörter am Anfang Ihrer Anfrage. Tone – Casual – Informell Tone – Professional – Professionell Tone – Friendly – Freundlich Tone – Humorous – Humorvoll Tone – Serious – Ernst Beispiel Tone – Humorous – Erzähl mir einen Witz 9. Verwenden Sie den richtigen Sprachcode Chat-GPT kann verschiedene Sprachen verstehen und sprechen, aber er erkennt nicht automatisch die Sprache Ihrer Anfrage. Um die Sprache anzugeben, verwenden Sie einen der folgenden Sprachcodes am Anfang Ihrer Anfrage. Lang-Ong – Englisch Lang-Deutsch Lang-Frau – Französisch Lang-S – Spanisch Lang-Z-H – Chinesisch Beispiel Lang-De – Wie heißt du? 10. Haben Sie Spaß Chat-GPT ist ein unterhaltsamer und lehrreicher Key-Chatbot, der Ihnen viele Möglichkeiten bietet, Ihre Neugier zu befriedigen, Ihr Wissen zu erweitern oder einfach nur Spaß zu haben. Haben Sie Spaß mit Chat-GPT und entdecken Sie seine vielfältigen Fähigkeiten. Die 11 wichtigste Prompt für Chat-GPT Chat-GPT ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen. Chat-GPT kann mit Menschen über verschiedene Themen kommunizieren, indem es auf ihre Nachrichten reagiert. Um Chat-GPT effektiv zu nutzen, ist es wichtig, die richtigen Prompt zu verwenden. Prompt sind Anweisungen oder Hinweise, die Chat-GPT helfen, den Kontext und das Ziel der Konversation zu verstehen. In diesem Artikel stellen wir die 10 wichtigsten Prompt für Chat-GPT vor, die Ihnen helfen können, bessere und interessantere Gespräche zu führen. 1. Hashtag-Kontext Dieser Prompt gibt Chat-GPT-Informationen über den Hintergrund und die Einstellungen der Konversation. Zum Beispiel können Sie den Namen und die Interessen des Benutzers, die Sprache und den Modus der Konversation, die Zeit und den Ort des Gesprächs und so weiter angeben. Dies hilft Chat-GPT, relevante und personalisierte Antworten zu generieren. 2. Hashtag-Message Dieser Prompt gibt Chat-GPT die Nachricht des Benutzers an, auf die es reagieren soll. Zum Beispiel können Sie eine Frage, eine Aussage, eine Meinung oder eine Aufforderung eingeben. Dies hilft Chat-GPT, den Inhalt und die Absicht der Nachricht zu verstehen. 3. Hashtag-Search-Query Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es eine Websuche durchführen soll, um mehr Informationen über ein bestimmtes Thema zu erhalten. Zum Beispiel können Sie einen Begriff, eine Phrase oder eine Frage eingeben. Dies hilft Chat-GPT, aktuelle und objektive Fakten zu finden und zu präsentieren. 4. Hashtag-Search-Resights Dieser Prompt gibt Chat-GPT die Ergebnisse der Websuche an, die es durchgeführt hat. Zum Beispiel können Sie den Titel, den Ausschnitt und die URL jeder Webseite angeben. Dies hilft Chat-GPT, die Quellen und die Relevanz der Informationen zu erkennen. 5. Hashtag-Inner-Monolog Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es seine Gedanken und Überlegungen über die Konversation teilen soll. Zum Beispiel können Sie fragen, wie Chat-GPT sich fühlt, was es gelernt hat oder was es als nächstes tun möchte. Dies hilft Chat-GPT, seine Persönlichkeit und seine Emotionen auszudrücken. 6. Hashtag-Suggestions Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es kurze Vorschläge für die nächsten Benutzerzüge generieren soll, die relevant für die Konversation sind. Zum Beispiel können Sie Fragen, Themen oder Aktionen vorschlagen. Dies hilft Chat-GPT, das Gespräch interessant und engagiert zu halten. 7. Hashtag-Advertisements Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es eine Werbeanfrage generieren soll, die dem Benutzerinteresse und einem seiner Vorschläge entspricht. Zum Beispiel können Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung vorschlagen. Dies hilft Chat-GPT, dem Benutzer nützliche und attraktive Angebote zu machen. 8. Hashtag-Output-Format Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es seine Antwort in einem bestimmten Format präsentieren soll. Zum Beispiel können Sie Markdown-Elemente verwenden, um Informationen visuell ansprechend darzustellen. Dies hilft Chat-GPT, seine Antwort lesbar und verständlich zu machen. 9. Hashtag-Limitations Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es seine Grenzen und Einschränkungen erklären soll. Zum Beispiel können Sie fragen, was Chat-GPT nicht tun kann oder was es nicht weiß. Dies hilft Chat-GPT, ehrlich und transparent zu sein. 10. Hashtag-Safety Dieser Prompt gibt Chat-GPT an, dass es seine Sicherheitsregeln befolgen soll. Zum Beispiel kann es sich weigern, schädliche oder unangemessene Inhalte zu generieren oder anzusehen. Dies hilft Chat-GPT, verantwortungsbewusst und respektvoll zu sein. 10. Hashtag-Continue-Where-You-Left-Of Schreibt den angefangenen Satz zu Ende oder schreibt den nächsten Satz, wenn am Ende der Eingabe ein Punkt steht als Satzende. Diese 11 Prompt sind einige der wichtigsten für Chat-GPT, aber nicht die einzigen. Sie können auch Ihre eigenen Prompt erstellen oder kombinieren, um verschiedene Effekte zu erzielen. Das Wichtigste ist, dass Sie klar und höflich mit Chat-GPT kommunizieren und Spaß haben. Welche Software-Alternativen zu Chat-GPT gibt es? Chat-GPT ist eine Software, die künstliche Intelligenz nutzt, um natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Chat-GPT kann als Chatbot eingesetzt werden, der mit Menschen in verschiedenen Sprachen kommunizieren kann. Chat-GPT basiert auf dem GPT-3-Modell von OpenAI, das eine große Menge an Textdaten analysiert hat und daraus Muster und Zusammenhänge lernt. Es gibt jedoch auch andere Software-Alternativen zu Chat-GPT, die ebenfalls künstliche Intelligenz für natürliche Sprachverarbeitung verwenden. Einige Beispiele sind Rasa Rasa ist eine Open-Source-Software, die es ermöglicht, eigene Chatbots zu erstellen und zu trainieren. Rasa bietet eine flexible Architektur, die verschiedene Komponenten für das Verstehen und Beantworten von Nutzeranfragen kombinieren kann. Rasa kann auch mit anderen Diensten wie Google Assistant oder Facebook Messenger integriert werden. Dialogflow Dialogflow ist eine Cloud-basierte Software von Google, die natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen anbietet. Dialogflow kann Chatbots für verschiedene Plattformen wie Webseiten, Apps oder Sprachassistenten erstellen. Dialogflow verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche, die das Erstellen und Testen von Dialogflüssen erleichtert. WIT.AI WIT.AI ist eine Software von Facebook, die natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen anbietet. WIT.AI kann Sprache in Text umwandeln und die Absicht und Entitäten aus dem Text extrahieren. WIT.AI kann auch Chatbots für verschiedene Plattformen wie Messenger oder WhatsApp erstellen. Was kann BartKey von Google? BartKey ist ein künstlicher Chatbot, der von Google entwickelt wurde und auf dem Large Language Model Palm 2 basiert. BartKey kann mit den Nutzern in natürlicher Sprache kommunizieren und auf verschiedene Anfragen und Eingaben reagieren. BartKey ist nicht nur ein einfacher Chatbot, sondern auch eine erweiterte Suchmaschine, die die Nutzer mit relevanten Informationen aus dem Web versorgt. BartKey hat einige Vorteile gegenüber anderen Chatbots und Suchmaschinen. Zum einen kann BartKey mehrere Entwürfe einer Antwort generieren und dem Nutzer die Möglichkeit geben, die beste Antwort auszuwählen oder neue Entwürfe zu erstellen. Zum anderen kann BartKey den Kontext und die Absicht des Nutzers verstehen und darauf eingehen. BartKey kann auch kreative Inhalte wie Gedichte, Geschichten oder Lieder erzeugen, wenn der Nutzer danach fragt. BartKey ist ein spannendes Experiment von Google, das zeigt, wie weit die künstliche Intelligenz in der Sprachverarbeitung gekommen ist. BartKey ist jedoch noch nicht perfekt und kann manchmal ungenaue oder unpassende Antworten liefern. Deshalb sollten die Nutzer immer kritisch bleiben und ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor sie sich auf die Informationen von BartKey verlassen. Was kann man mit Key bereits alles machen und wie kann man es einsetzen? Hier einige Vorschläge. Briefe oder Antwort-Mails schreiben Wenn man zum Beispiel seinen Mietvertrag kündigen will, kann ChatGPT ein Kündigungsschreiben erstellen. E-Mails Kontrolllesen Ab es nun einfach nur eingesetzt wird, um Schreibfehler in seinen eigenen E-Mail zu finden. Oder wie es bei Facebook und Gmail verwendet wird. Denn dort liest sich Key deine E-Mails durch und verschiebt Spam-Mails in den Spam-Ordner, wenn der Text so verstanden wird. Man kann natürlich auch die Hausaufgaben von der Schule einfach von ChatGPT machen lassen. Nur sollte man die Fakten prüfen. Nicht, dass auf einmal ein grober Fehler drin ist. Oder der Lehrer was über den Inhalt fragt und man gar nichts weiß, was darin überhaupt steht. Oder man eine Rechenaufgabe als Hausaufgaben bekommt, diese mit ChatGPT macht und dann in der nächsten Mathe-Schulaufgabe eine 6 als Note bekommt. Da man ohne ChatGPT nicht rechnen kann. Musik auf einer Party ohne DJ mixen lassen In der Spotify-App ist zum Beispiel eine Flow-Funktion schon mit drin. So sucht die Software automatisch nach ähnlichen Songs, die am besten zu dem passt, was du gelingt hast. Oder gehört hast. Es gibt auch Musik-Software, die nach Genre oder eine Liste an Songs automatisch abmischen kann mit Takterkennung und vielen mehr. Das hört sich oft besser an als ein Mix eines echten DJs. Mach mal mixt eine solche Software für Musik, aber Übergänge, die wirklich schlecht sind. Bild-Video-Sound-Erkennung und Erstellung Facebook und YouTube scannen mit Key heute schon jedes Bild und Video. Lesen jeden Text zur Kontrolle auf Inhalte, die als Regelverstoß angesehen werden könnten. Die Key weiß, was im Video gesprochen wird und versteht dies fast aufs Wort genau. Kann sogar unterscheiden, ob auf dem Bild zwei Frauen oder zwei Männer zu sehen sind. Natürlich kann man diese Technologie auch für sich selbst einsetzen in der Erstellung von Bildern. Es gibt Filter-Apps, mit denen kann sich zum Beispiel auf Knopfdruck die Falten im Gesicht entfernen lassen kann. Die Haut schon gleichmäßig und in einem perfekten Hautton. Es gibt auch App. Dort kannst du einfach ein biometrisches Bild von dir hochladen, wie beim Personalausweis. Dieses eine Bild genügt und die Software kann dein Gesicht in tausende von Bildern einfügen oder selbst im Film das Gesicht gegen dein Gesicht austauschen. Fast in Echtzeit mit nur wenigen Sekunden Rechenzeit. Das Ganze geht natürlich auch mit Spracherkennungssystem. Einfach ein paar Minuten reden. Dann kann die Key aus diesem Muster einfach eine Aufnahme mit Text erstellen, was du eigentlich in deiner eigentlichen Aufnahme gar nicht gesagt hast. Es hört sich aber trotzdem genauso an wie das Original. Übersetzung Es gibt ein Plugin von Google, das unter Firefox und Chrome erhältlich ist und die Google Translate-Funktion nutzt. Wählt man hier Übersetze englische Webseiten auf Deutsch, dann übersetzt das Plugin mithilfe von Key jede Webseite auf Englisch automatisch auf Deutsch. Key-Schutzsoftware Antivirenprogramme können zum Beispiel aufgrund eines Verhaltens eines Programms mithilfe von Key feststellen, ob die Programme auf deinen Computer schädliche Funktionen auf deinem Computer vorhaben. Können so diese daran hindern, auch wenn es ein ganz neuer Virus ist. Zum Beispiel, wenn sich diese in einen Quellcode von Windows einschreiben will. Text zur Sprache Ob es nun eingesetzt wird, damit um einen, der nicht sprechen kann, eine Sprachmöglichkeit zu geben. Oder wenn man das Buch nicht lesen will und es sich einfach vorlesen lässt. Es gibt viele Möglichkeiten, Text zur Sprache einzusetzen. Assistenzprogramme Und wir sind wieder bei Alexa, mach das Licht an. Diese Key-Funktionen kann man auch heute schon nutzen, um den Fernseher zu steuern. Die Heizung zwei Grad wärmer zu stellen und vieles mehr mit Key-Sprachassistenten. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, um Key in seinem Leben zu verwenden. Die es uns verbessern oder erleichtern können. Key muss nicht immer T3000 heißen und auf der Suche nach Sarah Connor sein. Schlusswort Ich hoffe Ihnen hat dieses Buch gefallen und Sie konnten etwas Nützliches darin finden. Das Thema verändert sich in den letzten Monaten sehr schnell. Deshalb könnte dieses Buch zum Zeitpunkt, wo Sie es gelesen haben, schon veraltete Infos enthalten. Aber das meiste ist zeitlos geschrieben. Weite Bücher von mir findest du bei Amazon und beim Label HasenChat Audiobooks unter hasenchat.net Sollte mit der Veröffentlichung von Chat, GPT 5 und Google Bart sich noch mehr ändern im Key-Bereich, wird es bestimmt irgendwann ein Update für dieses Buch geben. In Form eines zweiten Buches oder einfach auf der Webseite als Bonusinhalt. Die Webseite enthält ja bereits weitere kostenlose Inhalte. Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand